Danke sehr. Ich frage mich schon, warum hier manchen nicht die Schamesröte ins Gesicht steht, wenn ich etwa auf der einen Seite, den Herrn Juncker mir vor Augen führe, der ein Steuerparadies in seinem Land geschaffen hat, wo auf der anderen Seite die Bevölkerung an Europas hier in eine Ausfallshaftung treten müssen, das mitfinanzieren müssen, was Ihr Kommissionspräsident Juncker hier in seinem Land gemacht hat. Auf der anderen Seite debattieren wir hier über 7 Milliarden Euro, die der Rechnungshof dankenswerterweise aufgedeckt hat, wo 4% der vergebenen Mittel der Europäischen Union nicht rechtgemäß, nicht ordnungsgemäß vergeben wurden. Und ich frage mich schon, wer nimmt wo die Verantwortung wahr? Sind es hier die fehlenden Personen draußen in der Abgeordnetenbar, die die Verantwortung für diese 7 Milliarden Euro wahrnehmen? Oder wer ist sonst bereit dafür, Verantwortung vorzunehmen? 120 Millionen Menschen, das ist fast ein Viertel der Europäischen Union, sind von Armut bedroht. Und es ist nicht möglich, hier mit Mitteln der Europäischen Union, der Steuerzahler so umzugehen. Die Konklusio daraus ist es, die Förderungen wieder auf nationale Ebene zurückzukehren, wenn niemand anderer als die Länder selbst haben das richtige Wissen, wie Gelder zu verwenden sind und wie sie zu kontrolliert werden haben. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.